Guten Morgen, heute ist der 11. Dezember 2019. Wir sind hier auf der Parnei. Es ist wunderbares Wetter und wir werden jetzt gleich zum Tausend Heimlingen überfahren und uns auf den Herausforderungen der blauen Füsten stellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir waren jetzt unter Schornelhüttel und sind jetzt die vier runtergefahren zum Tausend Heimlingen-Sächser. Ich fahre jetzt wieder nach oben und werden uns dann wieder eine schöne Piste suchen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020